Raffa Imhof, ihr seid ja mit initiiert bei diesem Weltrekordversuch. Zuerst mal herzliche Gratulation, oder? 2000 Leute, was ist das für ein Gefühl? Es ist unglaublich. Wir haben ja gehofft mit 600 Leute, oder wir haben gesagt mindestens 600, gehofft haben wir auf 1000 Leute, jetzt sind es über 2000 Leute, das ist unglaublich. Es ist herrlich und die Leute haben auch einen höheren Spass, einfach dabei zu sein. Wahnsinn. Und was genau ist beim Weltrekordversuch gegangen? Es geht darum, die größte Skischule-Klasse der Welt zu haben. Im Prinzip ein Skilehrer fährt vor, alle anderen fahren nach hinten und nach. Klar, weil der Skilehrer am Ziel ist, sind sie längst oben am Start. Aber es fahren immer noch alle in einer Reihe, von der oberste bis zur unterste. Das ist sicher nicht gleich eine Idee, die einem so mit dem Schlafen zieht. Und wie ist man auf das gekommen? Ja, es fehlt eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich bin vom Ausgang eingelaufen, irgendetwas, ich weiss nicht mehr genau, was nachstudiert. Und dann ist mir die Idee wie angesprungen. Hey, gleich schauen, ob es den Rekord schon gibt, oder was man machen könnte. Und ja, sie kommen in die unerwarteten Momente, die dummsten Ideen. Es sind ja wirklich unglaublich viele Leute da gewesen. Und immer noch da. Wie schwierig war es, diese Leute zusammenzuverkommen? Ja, es ist im Vorhinein sehr schwierig zu sagen, wie viel das wirklich kommt. Wir haben Werbung gemacht mit Flyern und so, vor allem auch über Social Media, Internet. Und wir haben wirklich vor dem Start gesagt, es können 200 Leute kommen, es können 1000 Leute kommen. Wir haben keine Ahnung, wie viel das kommt. Und von dem her war es wirklich schwer, alles zu organisieren. Wir haben leider auch zu wenig Gescheiche gehabt. Wir haben eigentlich für jeden Teilnehmer ein Gescheich. Wir haben 1200 Leute gemacht und haben gesagt, dass wir locker sind. Jetzt haben wir leider nicht einmal für alle das machen können. Ihr seid selber ja ganz am Schluss mitgefahren. Was war das für ein Gefühl? Also bist du als Himmel treurig gewesen? Aber sonst war es natürlich wunderschön. Oberhalb haben noch Leute zugeschaut und alle haben zugeschaut und frei gehabt. Und das ist unglaublich. Ist der Weltrekord in diesem Fall jetzt erreicht? Inoffiziell, ja. Offiziell, von Guinness bestätigt. Zumindest für einen Videobeweis und alles einschicken. Also es ist keiner hier von denen. Und es geht wahrscheinlich wochenlang, bis offiziell bestätigt wird. Wir hoffen natürlich, es wird angenommen. Und ich finde keinen Grund, wieso das nicht so wäre.